Ein Mann geht in eine Bar und bestellt beim Barkeeper ein Glas Wasser. Der Barkeeper zieht daraufhin eine Pistole unter dem Tresen hervor und richtet den Lauf auf den Mann. Dieser bedankt sich überschwänglich, zahlt dem Barkeeper ein dickes Trinkgeld und verlässt glücklich und zufrieden die Bar, ohne das Glas Wasser erhalten zu haben. Wieso? Du hast 10 Sekunden Zeit, um das Rätsel zu lösen. Der Mann hatte Schluckauf und bat deshalb um Wasser. Als der Barkeeper dies bemerkte, erschreckte er ihn mit der Pistole und sorgte dafür, dass der Schluckauf aufhörte.